so leute da sind wir wieder zu einer weiteren runde die war 17 ich weiß wo wir stehen geblieben ich glaube wir haben jetzt die runden die testspiele aber gerade dann guck mal wie es aussieht auf jeden fall starten wir jetzt erst mal sehen wo er landen aber ich merke jetzt zwei ton bisschen zu lauerzeichen bis gut erstellt müsste eigentlich besser sein doch gegen der realer madrid start noch mal runde was bei rauskommt erst mal ein getrostes schlückchen stelle mit hunter sonst spiel gericht zufolge hat das tor noch einen großen namen mehr das besser sag ich jetzt haben wir ja schon alles gehabt letztes so dann wollen wir mal hey maus, das sieht man aus ok verletzt oder ist er verletzt er ist verletzt mensch das schreibt was ein zufall 35 minuten haben wir sieben kondola werden müssen kriegen spieler als team oder zwei vorlagen erzielt zwei vorlagen zwei tor im poste machen wollen die uns komplett kaputt machen ja 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 wo sind wir denn hier hat davon so okay wir laufen das verungewohnt weil ich habe jetzt längere frau selbst das war ja und vorne um eine alte schönes ding im moment kommen sie nicht richtig durch die ab er steht gut und danke fräulein was ist das ein problem so fein nein ich kann sich was ja um toto schönes paar spiel aus der kacke das war schlecht bei unserer mitspieler ja mal dritt gegen tottenham ich meine real war dritt ist natürlich nicht gerade so eine mannschaft das muss eigentlich kriegen ob ich war eigentlich keine mannschaft wir müssen sind kriege versuche es sind zu kriegen und schönes ding schön gehalten wir brauchen eine vorlage aber da war ja nein ja schönes ding schönes ding ist mir frage ob es als vorlage zählt und nicht will hat das tor gemacht ja verschwinden muss bild schönes ding schön gemacht aber schon selber rein gezogen natsch oder fernander ist die chips und wieder unterwegs schlechtes timing würdest du mich den rollen oder was schön noch mal und direkt zurück gespielt ja das ist ja was schönes ding tor vorlage jetzt habe ich es sei davor war es ja keiner schönes ding das gefällt mir direkt fahren weiß gar nicht wo uns gehen soll von links nach rechts von oben nach ritten das spiel ist es art ob man sie haben zwei tore macht sich dem war drin sind der bei ist jeder ja 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 gelb grün blau weiß und bei fifa genau das shop mega aus million mega wollen wir spiele auf das war jetzt nicht so nein was hast du nein ja 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 nein das kann euch sein ernst sein wenn es besser weil sie war wert und sparen voll drin das ist etwas eine vorlage wäre auch nicht schlecht man muss überlegen gegen real madrid 20 mit tottenham ist not bad na ja das war dis respekt respekt nein wo geht es sich hier bei league of legends landes und da kann ich danke wir brauchen eine vorlage waren so soll erfüllt vielleicht auch immer eine starthilfe und nicht immer so als kleiner auswechseln lukas ziel war spieler wir kommen kreide bayern aber kommt hier dran hier schön nein das ist seine chance jetzt kann er zeigen was er hier um ich stehe gerade freie zwischen lücke was ist denn der problem die schwache passansage wir waren woanders wir waren ganz woanders schönes ding oben ok also ja nein die brauche eine vorlage noch schön ja es ist eine chance ja ja nein was wir unser ding gewesen ist ja unser ding gelesen hat erhalten sich die tricks auch hier entstehen mir gibt es noch ein tor vorlage ja nein scheiße was kannst du nicht machen mit uns ganz ehrlich er kriegst du mir aber so was schöner pass die last bei laufen hier hinten ich stehe wieder hier ja vielleicht bis zum europol wir zurück bis nach osterbrück so damit passiert ist unsere wertung sinkt leider sieben bleibt ist okay ich möchte unbedingt die tor vorlage erzwingen jetzt sind wir ball ab hier vorne was ist denn bei der folie jungen das kannst du nicht machen was ist denn ein problem man hier unten ich hab x gedrückt die stahl pass das tut auch schon weh ich sehe schon das ding verliebe noch ob ich es unentschieden das war richtig willkommen ja nein 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 mann ey es hat so fucking knapp wirds weiter geht oh man ey das können sie doch nicht machen mit uns ronaldo kann nichts gegen uns machen wir sind alex hunter vorne für viel nachspeziert aber noch man das gibt es doch nicht was ist denn sein scheiß problem wie faul du bist ein fahrer jungen man aber egal die dreh das doch wir sind ein voller gekriegt nein 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 es war so na na heller heute hat es nicht klappt war lang ist uns das soll erfüllt das tor wunderschön versuche zu passen statt dem gegenseit abball zu geben ist ja deinen ernst macht gleich rein aber nicht raus bei dir vor allem das ist ein toller vorlage wohl das ist ein toller vordergrund schon wieder mit spieler im freien raum voller übersicht anspielte flasche zu drehen das war enorm präziser steil passt hervorragende vorlage danke so wie auf ihren haben es toll gemacht ok real aber zwar gewonnen doch dabei wollen und gegen paris charme war auch gewonnen super letztes vorbereitung spielen das ist kein sieg geworden ist es sicher enttäuschend gewonnen werden muss man als jempre es ist eine temporale lager so muss unikipo grande ich habe mich schon wieder hat die verletzung eine wichtige rolle gespielt sie wo mucho pero alejante zu hola opportune entrat ja ich um ein partier wir wurden erwähnt wir wollen aber richtig schön erwähnt von james ja schön dass du schon mal ein großer erwähnt das heißt vielleicht ändert sich ja irgendwann muss eventuell kommen wir mal der wechsel zustande ist natürlich mega vor allem brauchen wir zubekommen es gibt es nach rom schönes ding das gilt punkt war keine da war es weiter valerie valerie mutti ihr wart als kinder schon ein super sturm du seid immer noch dem gerüchten folge hat es trotzdem auf den großen das haben wir ja alles hier mal schauen ob jetzt wieder eine runde real madrid mann ich weiß mann ich kann es auch nicht glauben das war richtig gut mann das ist ja so ein Testspiel eigentlich ne genau die Wüste sind da ein Spiel ne komm komm aber das sind bloß vorbereitende spiele nicht mal die stammelfe ist angetreten die premier league mann das ist das was zählt eine der härtesten liegen der welt mann weißt du was so abgefahren ist gestern noch spielen wir in ab 14 klappem und heute spielen wir gegen los blancos vor den augen von zehntausenden verrückten fans gewöhn dich dran mann wir sind jetzt mittendrin nachdem unser bester mann ausgefallen ist wer weiß wie lange wir jede abwehr der premier league abzocken werden du machst die pässe ich die tore oder ich mach die pässe und die tore ein echter teamplayer kandidat für den goldenen schuhmann kandidatin ich bin jetzt richtig ich bin jetzt richtig aber in mathe schwächelt ihr etwas bitte was to mein berechnung nach ist derzeit nur einer unserer spätsten Stürmer verletzt und zwei für einen funktioniert nicht sicherlich mach ich den Anfang kandidatin denkst du fräulein klar mann wenn wir verlieren wollen haha da haben wir ihnen aber eine ansage gegeben auch da es ist es ist da